Hallo Leute, was ist denn? Ich zeige euch heute, wie ihr in Minecraft einen TMT-Naser baut. Ich gehe jetzt mal auf Minecraft rein. Das kann man im Kreativ-Mode hier machen oder auch im Überlebens-Mode. Das kann man überall machen, solange man genügt TMT, also genügt Material. Aber ich muss den mal in der Kreativität nehmen. Hallo, Kreativ. So. Wir haben schon einen solchen Zimmel. Ich zeige euch mal einfach. Ein TFT-Tier. Und herum alles. Überall. Das ist immer ein bisschen. So. Ich zeige euch mal. Ich mache dann kurz einfach mehr entscheidend. So. 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 wie soll dann kommen wir das hier also es ist auch hier das zu steigern die Macht immer ein ich mache ein Feld und zwei was ist so dass ein neuner Feld Das macht ihr jetzt rein hier. Und ja, ich habe ein Kokonnie hier. Ich brauche nur Wasser. In grüder Ecke, in der Mitte. Das ist ungefähr am besten. Das muss genau werden. Dann fliegieren Redstone. Übereiten. Und in einer Stelle. Dann freie Stelle machen wir einen Schaltempfang. Dann... Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und dann geht das hier in der 10. Block. Und hier. Ich mache jetzt nicht mehr mit. Hier. 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 Das ist ja was hier. Na, du schon, du bist alles. Du bist nicht alle, du bist nicht alle. Dann braucht ihr Redstone-Bestern, wie ihr die Hersteller kennenlassen. Uns, aber auch wir. Wir haben insgesamt zehn Stück. Vielen Dank. Ja, ich bin jetzt gebraucht hier, ne? Selbst der Meister macht noch was falsch. Das geht gleich nicht wieder gut. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr so. Nein. Jetzt schon wieder einer. Um... Ich habe die alle aus dem Nächsten gesucht, aber dann brauchen wir sie länger. Ich brauche den hier noch rein. Den lassen wir mal durch. ... ... ... ... ... ... Das muss ich noch nicht machen. Ich werde hier noch nicht arbeiten. Ich habe ihn sehr zu hohen, wie es mir ist. Nein, ich habe ihn nicht kaputt. Ich mache ihn. Ah, was ist das? Ich will den Kopf vergessen. 2 n schade sich nicht schicken ja und das war es ja eigentlich was wir auch versuchen könnten ja und 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 vorhanden hier machen die und und die 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 Laufenden in der St und auch nicht ja das ist ja ein komischer alles Und zum Abfluss mache ich noch einen schönen Knall. Und zum Abfluss mache ich noch einen schönen Knall.